hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es um die fortnite albtraum challenges die fortnite escape rooms und also ihr wisst ja es gibt ja aktuell jetzt in der lobby gibt es ja ich guck noch mal nach fortnite albtraum bonus herausforderungen da kriegt ihr eigentlich nur chrome items aber hier bekommen wir andere items wir bekommen xp dann bekommen wir ein emoticon und eine lackierung und noch irgendwas was aber relativ unbedeutend ist deswegen aber auf jeden fall kann man sagen es gibt auf jeden fall heftige belohnungen und also das eine könnt ihr in der lobby machen die aufträge sehen für das andere müsst ihr euch anmelden hier und müsst halt hier gucken wie die aufträge heißen aber grundsätzlich beide sachen könnt ihr in der bette royal und bette royal 0 bauen machen das ist das wichtige was die erste aufgabe ist ihr seht eins von vier räumen das hier es gibt genau vier räume und drei aufträge wenn ihr auftrag eins macht dann müsst ihr zuerst fische angeln dann noch einen auftrag machen noch einen und noch einen dann habt ihr raum 1 abgeschlossen also aufgabe vier also aufgabe 1 4 von 4 ist dann abgeschlossen und es gibt sozusagen das war dann raum 1 dann gehen wir in raum 2 das ist dann eliminiere zehn gegner und das acht gibt es dann noch mal vier mal hintereinander aber das sieht man jetzt noch nicht und dann gibt es noch den dritten raum so in etwa in den letzten top 10 10 kills und fange fische das eigentlich einfach die nächsteren aufgaben denke ich werden dann schwieriger sein aber auch denke ich irgendwie machbar sein und ja das ist so ungefähr dann alles weitere genau oder wenn ich das jetzt richtig verstehe bekommen wir die belohnung mit dem emoticon wenn wir aufgabe 1 2 und 3 gemacht haben das ist dann der raum 1 dann weg sind wir zu hier rüber und dann geht es auch so runter wie hier auch das ja stimmt ok ok also 10 kills top 10 dreimal und fange fische das könnten wir jetzt alles gleichzeitig machen wenn ich das jetzt richtig verstehe für die eine belohnung deswegen würde ich sagen wäre es erst mal so weit gewesen mit dem video ich werde noch ein video hochladen wo ich euch die belohnungen zeigen werde alle sobald ich die sobald ich die frei geschaltet habe aber bis dahin würde ich sagen danke fürs einschalten und frohes halloween und viel glück bei den challenges bis dann ciao euer lucifer bis zum nächsten mal ciao